Dieser neue Ford Transit steht hier zum Verkauf. Drei Personen haben in diesem weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, Wegfahrsperre, Klimaanlage und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS auf ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.